Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Nein! Aber ich hab ne MP5 SD 6 Ich hab vor ne MP5 SD Magazin gefunden Alter, hier schießt einer rum, was mach ich jetzt? Vor allem wusste er Ich hab ne, ich lebe mich jetzt um in eine Tauerein, wenn man hochgelaufen kommt Dann kriegt er einfach mal ein Simi-Magazin ab, ja? Ja, nicht ein Simi-Ein Ein Deine Modi Oh, so schön auch, oder? Oh, so schön auch, oder? Wo würdest du hingehen, wenn... ...auf dem Erfurt bei Balota... ...wenn der Zombies sind Loll dahinten, glaube ich... Ich wollte weggehen Ich muss pissen Ich muss weggehen, eh, ich wurde weggehen, meine ich ich muss... ...leute 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 ...hob ...gekommen... Nein, wenn ich jetzt schießen möchte das... ...theute ...geide ...stöpfe ... ...winde sterben Schlimm zum Kult Da ist er... ...durch den Abschießen n Technik ausgült nein das ist Prozent dieser mit dem Ziel und da und eine mit Y du musst alles sagen die Anni das ist nix Trommel spielt mit über die Zeit deshalb so weiter wir waren die Zeit gibt es in der Mitte hat solche nachfragen aufwendig ist hättet doch abgefahren die noch keine nur jetzt ausgelockt und glaube ich Hälfte kann es sich den alten Verschöhnlicher sind auch Spieler Steffen von Polen das auch immer weg gewesen ich hab doch jetzt muss ich rechnen 17 schuss auf den geballert jetzt habe ich nun gehört ich bin nur zu viel Skywim oder was ein Hund ein Hund hat den Hund bei dir daheim weil ich euch nicht wie andere irgendjemanden reden außer dich dein Schwachstorger und Scheiß ne ich hab ne Katze ach so ok dann wollte ich das ja wuff wuff ne dann sind das wahrscheinlich unsere Nachbarn oder draußen welche wie kann der denn wie kann der sich denn ausgelockt haben das geht ja gar nicht wenn ein Spieler in der Nähe ist glaube ich Zombie so ein Spieler und so obwohl doch Spieler geht stimmt ja also man kann sich ja auch irgendwann empfangen ich hab aber schon auf den Geschoss und dann hat der sich ausgelockt ich hab dem schon 17 Schuss reingedrückt wohl der läuft dann noch ne das ist ein anderer in der Reihe nur die Foss und Töten jetzt aber einen anderen Hanger rein das war hier diese Duesur oder wie der heißt auch töten ach was die Magazine hergeben und danach find diese Ende muss er jetzt mich hat auch neulich eine angeschlossen Banachierten mir ein Handy gegeben ich hab Angst vor dem der hat ne Waffe glaube ich Hi Kai Hallo Kai Hallo Kai Hallo also der ist im Hanger drinnen und so in Berlin und 13 Schuss um den zu töten aber Prozent Loll der schießt mich an das verdient der Teufel keine Muni mehr was mach ich jetzt kein auslocken ne das sehe ich aus Jürgen Kompatlocker Klo Kompatlocker sind schon nicht ich bin da kann schnell nehmen schnell nehmen neben dem erschießen hinlegen ich habe jetzt 30 Schuss in der Kanoch das schlussend ist so Dario Worske dieser ich bin gleich tot ich bin gleich tot aber egal ich bin danach nach Stario und die Stadt daneben gehen da gibt es Deer Stands das erfreut mein Herz nein wo ist der wo ist der oh lol ey man ein paar blöde Pingel dieser nein mach nix ey was geht den Ding ich weiß nicht mal von wo ey die sind alle aggressiv ey Spassis ey mein Bruder kann mir immer nicht die Tür zu machen hab ich nicht das gehört zocker sockt nee zocker zockt ich wollte grad sagen zocker sockt zocker socker wäre irgendwie mein alter Name was sagen ja wir sind gerade in der Aufnahme komm sag sag mal 150 Menschen hallo hallo moin haha haha ich hab Rock gefunden ja ne warte 150 doch 164 164 Elektro Rock ja auf die Seekopter da ich bin noch nie geflogen ja ich muss mal aber zwei Fliegen bei Armat 2 spielen die ganze Flugzeuge zu lernen ja das könnten wir machen aber ich hab er ist und es wäre keiner respond trotzdem das Problem ist weil ich hab ne Mods noch drauf auf Amor also noch ne Mods und ich weiß nicht wenn du dich nicht hast ob das dann funktioniert deswegen der sie der Mods zu haben was sei denn das ist er bei der Sitzel m aber was von der Hand hin nach mit der Reis dennis kommen auch genannten weiter das wird es auch genannt Prozent m m jetzt muss überlegen ähm steve Glitzer äh ne hast du meinen vollen Namen gesagt eigentlich nein doch fair es tut mir leid tut mir leid bitte nicht schlafen nicht so schlimm ich komm die mir raus wo ich gerade drin bin ach jetzt ok alter der schwarze eh ich hab zwar nichts gegen schwarz aber ich bin kein schwarzer mehr kannst ruhig was gegen schwarzes ich bin aber jetzt ein schwarzer haha guter Rollentausch ja ohne uns abzusprechen Leute oh leutens hat mich erschrocken oh leutens hat mich erschrocken ja komm runter ich möchte auch hoch komm runter ich mach jetzt noch mal die Runner Taktik die war schon die ganze Zeit das ist übrigens meine Taktik immer deswegen sterbe ich auch zu häufig Leute der Zubi ist grad ein bisschen dämlich komm verfolgt mich du Spaß sie Lola ich hab's drüber gefallen Alter was ist das für ein dämlicher Zombie der verfolgt mich nicht mehr noch einer das scheiße das wir jetzt ein Gebäude zu bauen können jetzt lauen die einfach hier an in jeder Etage auf mich ne Burg gefunden und zwei äh Revolvermonie aber die greifen mich nicht an weil die stehen bleiben einfach im Haus Alter ohne Scheiß die Spieler auf dem Store sind voll aggressiv na stand doch so großen Alter warum ruckelt denn das so was ist das smoke grenades genau weiß ich bin ich bin keine Waffe ich finde einfach mal zwei grüne smoke grenades ich höre die Knochen brechen und nicht einfach nur hier runterfallen und nichts passiert das ist dann gar nicht Alter wie viele Zombieser sind Knochen gebrochen nice we spawn ja okay ich bin ich ohnmächtig Alter Rauchgranate ja er wird wird mich jetzt hoffentlich die Zombies oder ich kann wie spawnen machen lol also die Zombies sind echt mega scheiße war die Frage ich bin in Elektro wo soll ich hin wie kann man den Backlosen sind dass man wie spawnen kann wenn man äh kratzt worden äh wenn hier mit dem vorkart der zu krägt steht drückt es geht halt dass dieses Menü kommt da wurde nochmal options und wie es von unterbrochen zu haben ich weiß nicht ich weiß nicht und wenn er dann halt bei uns darf es halt nicht zu machen ja es war einmal es geht drücken ja einmal es geht halt dass das Menü da offen ist nämlich Spons Knoisse zu respond klicken können wir sind in der Tat ja oder hat Kanzer auch bei Wissen in der Hauptsache das Menü ist offen weil durch Prozent mein Charakter ausgewählt hat ja genau nachdem es gemacht aus am besten weil das kann ich das direkt danach machen direkt ja wenn halt wenn die vor Karte zu krägt oder wie sie die Dorte oder irgendwas zu wo steht halt habe ich gewartet hat einfach ab ja ist jetzt ist mit mit Abort und so Prozent erledigt noch nein das ist nicht ja ich habe gerade noch mal für nein aber ich bin schöner besprochen ich brauch das gar nicht ich bin in Elektro das ist mir egal das ist geiler ich kenne ich mich aus mich nicht schluss nachher an die Minute steh aber in Vorreden werden für mich töten freiwillige vor ach warum habe ich den nicht weg ist nicht ich gehe auch nachher nicht nach Elektrochen einfach Richtung Norden irgendwo hin nachher noch treffen echt mal ich möchte nichts großen gehen einfach nur durch Weltgeschichte latschen und dann irgendwann sterben ja Cerno ist eine ziemlich kleine Stadt so groß ist unsere Stadt übrigens auch sieht nur nicht so heftig aus ja was Cerno? na wir haben eine genauso große Stadt ist nur hübscher was? DUE Das würde aujourd'hui sagen DUN 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 und dann bei mir das auch noch da war mehr abend peter und der sehr wichtig hallo ich schalte ich bin es neuer und kippt welches ist etwas zu der geschichte von mir doch nur zählen über dem beim er hat er ist das mit waffen da muss man das ein bisschen ja ja ich weiß schon ausdrucksstark wiedergeben ja das snappert einer mit dem DMR oder so LOL DMR ist voll die coole Waffe, die hat man die immer genau ich drück dem ein Magazin rein LOL das ist ein Pfeiler ich seh überall Tiere heute ich hab dem ein Magazin reingedrückt und der jetzt überlebt alter what the heck what the heck nicht mehr what the heck sondern what the heck jetzt die Frage ist nicht die Weg oder lasse ich mir Ollo ist schon tot standard ich hoffe du warst das hast du einen Mörder bekommen bis zum Bandit ich habe einen gesetzten oh lahme ja ein Mörder und Bandit sein und um mit dem Minus 100.000 ich bin getötet mein Ding geht nicht auf mein Menü ja mal das 1 und meine Team Minus 1.109 um die 2.500 jährlich hat mehr und ich bin gar nicht stolz drauf ich habe es ja nur drei Leute getötet ich einen anderen und noch einen anderen Tobi Alter warum steht das auch in der Feuerwache naja dich Tobi und noch irgendjemand anderen Tobi übrigens auch während der Aufnahme auf einer Malz Knoll ich werde beschossen was verdient richtig hart in den Arschbitte ich bin noch nicht tot im Endeffekt ist wie hätten sie es gerne richtig hart in den Arschbitte Alter ich muss auch mal pissen aber ich kann ja obwohl doch ich log mich schnell aus nein ich kann mich nicht auslogen auch mit Wasser und Wasserfällen und so schalte ich muss sagen was trinkt dann muss man ja auch gar nicht aus glücklich dass er zählen die Erschöne kann man drücken ich weiß dass wir hier eine Klinik dazu es zieht alte also und der Glück er hat mich auch nun und er hat gefunden oder war das heißt was es ist auch kommen gelaufen und es war wieder so ein Buschmann